hallo leute diese aufnahme ist von gestern weil sie hat dort eine nordkröte geschossen und gleich dann den ochsenfrosch dazu aber diese location ist wirklich hervorragend deswegen zeige ich euch das jetzt noch mal obwohl es gestern im video drin war und das ist hier auch eine ältere aufnahme aber ich habe zwei frische neue location hier in diesem video und ich bin immer bemüht wenn ich unterwegs bin dass ich euch neue frische location präsentieren kann weil ich achte darauf was ich unterwegs erlege und halte das im video fest also das ist die location die wir gestern schon hatten beim ochsenfrosch und das ist hier mal eine neue für nordkröte das ist jetzt wieder xbox und da hat sie eine nordkröte geschossen und zwar ist das bei bart crossing die brücke ist gleich daneben und hier seht ihr die location die location dakota river bart crossing rick station in der nähe flatneck station in der nähe alles was man braucht genau dort liegt das und dann habe ich noch eine zweite brandneue location und zwar ist das in der nähe der emerald range durchaus da wo sehr viele enten und gänse zu finden sind dort hat sie auch eine nordkröte erlegt das war jetzt wieder playstation 4 und das ist hier emerald station